Wer fährt jetzt vor? Da fahr ich hinter dir her und film dich! Total geil! Und los! Jetzt! Los! Los! Das hier ist irgendwie voll scheiße! Ich finde das Stück hier kacke, das Endstück! Und du? Geht so, oder? Ja! Jetzt sind die Reifen! Hast du mich gerade gestreichelt? Ja! Oh geil! Geh weg! Ey komm, fahr jetzt! Weil er grün ist! Ja! Ja! Da ist aber steil! Achtung, Achtung! Huiii! Der Linke! Es gibt keinen Felsen! Ne, der ist ein neuer Drop! Miep miep! Uiuiuiuiui! Mario! Ja! 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 Und dann! Ja! 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 Ich hoffe, man sieht das jetzt alles gut. Hier runter, da liegt ja jetzt ein Baum, also über den Baum und dann über die Kuppe rein droppen. Echt jetzt? Was? Was? Der Eingang ist halt kacke, ich hab drüber. Ja genau, dann noch weiter, noch ein Ticken. Geht bisschen mehr, dann rippst du noch ein bisschen mehr. Dann komm nicht drauf, ne? Let's go. Weeeeeee. Oh. Ah. 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 Oh, geil ein Anlieger. Hammer. ... Und, ja. So, jetzt wird interessant, ne? Okay. Und? Sieht gefährlich aus? Ja. Und ging klar, oder? Ich sag dir, das Stück ist eigentlich voll easy. Und jetzt hau ich mich übelst hin. Das stimmt doch gar nicht. Doch. Hammer. Marc, Hammer. Und? Was hab ich gesagt? Geil, Mann. Einfach machen. Da ist Delina kaum Wurzeln frei. Doch, aber die liegen so, dass du echt in der Kuhle da runterfährst. Du kommst nirgendwo großartig ab. Jetzt steht wahrscheinlich das Licht. Mega behindert. Was ist das? Oder... ... Da ist das ein schnelles Blaschen. Wie ist das mit dem Blaschen?